Den Krebs exakt dort bekämpfen, wo er auftritt, in der Tumorzelle selbst. Daran arbeitet Ulrich Keilholz an der Berliner Charité mit Schwerpunkt auf Lungenkrebs. Molekulare Krebsdiagnostik nennt sich das Prinzip, also jene Erbgutveränderungen zu identifizieren, die Krebs verursachen. Die Hightech-Medizin ermöglicht es, jedem Krebspatienten seine individuelle Therapie maßzuschneidern. Lungenkrebsbehandlung war früher sehr schwierig, auch vor fünf Jahren noch. Und heute ist es so, dass wir eine Stabilisierungsrate haben von deutlich über 50 Prozent. Früher haben bei Patienten mit metastasierten Lungenkrebs nach zwei Jahren noch vielleicht 10 Prozent der Patienten gelebt. Heute sind das über die Hälfte. An insgesamt 15 Standorten in Deutschland wird die molekulare Diagnostik für Lungenkrebs angeboten. Doch damit können noch nicht alle Patienten versorgt werden. Die Deutsche Krebshilfe unterstützt das Projekt und fordert, dass die Krankenkassen sich stärker als bisher an der Finanzierung beteiligen sollten. Das ist natürlich die Vision, dass wir möglichst alle Patienten in dieses Netzwerk hereinbekommen, um wirklich jedem Patienten auch die optimale Diagnostik und Therapie zu gewährleisten. 2018 konnte das Netzwerk Genomische Medizin rund ein Drittel der Lungenkrebspatienten in Deutschland betreuen. Im laufenden Jahr sollen es bereits doppelt so viele werden. Und zugeschaltet aus Bonn ist mir jetzt der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Krebshilfe, Gerd Nettekofen. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Köhler. Wie hoch ist denn die statistische Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken? Ja, die ist leider nach wie vor sehr hoch. Jeder Zweite in Deutschland erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs. Und wir bekommen das ja auch alle mit, wenn wir in unser Umfeld schauen. Es gibt ja kaum eine Familie, wo die Krebserkrankung nicht vorkommt. Und auch im Bekanntenkreis kennen wir alle Menschen, wo jemand an Krebs erkrankt ist. Jetzt ist ja die Zahl der Krebserkrankungen in den zurückliegenden Jahren weiter angestiegen. Und zwar auf mittlerweile 500.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Woran liegt denn das genau? Ja, und diese Zahl, die wird auch weiter ansteigen. Das hat aber überhaupt nichts damit zu tun, dass wir in der Krebsmedizin oder auch in der Forschung nicht weiterkommen. Das hängt einfach mit der demografischen Entwicklung zusammen. Krebserkrankungen treten in der Häufigkeit in den späteren Lebensdekaden auf. Und von daher wird die Zahl weiter steigen. Nichtsdestotrotz machen wir natürlich auch Fortschritte in der Krebsmedizin. Jetzt heißt es ja, es gibt vorbeugende Maßnahmen. Welches sind denn geeignete Wege, um sich vor einer Krebserkrankung zu schützen? Naja, das ist auch ein wichtiger Punkt und ein wichtiges Feld für die deutsche Krebshilfe in Zukunft. Experten, man muss sich das mal vor Augen führen, sie hatten gerade 500.000 Neuerkrankungen in Deutschland angesprochen pro Jahr. Experten gehen davon aus, dass etwa 40 Prozent nicht erkranken müssten, würden wir uns alle gesundheitsbewusster verhalten, würden wir Risikofaktoren meiden. Dazu gehört natürlich das Rauchen, Alkohol in Maßen, ausgewogene Ernährung, Sport und auch ein entsprechender UV-Schutz, den wir gerade jetzt auch in den Sommermonaten beachten sollten. Das sind alles Faktoren. Wie gesagt, wenn wir uns alle gesundheitsbewusster verhalten würden, könnten wir auf jeden Fall Krebsrisikofaktoren alle vermeiden. Wenn ich dann aber doch trotzdem an Krebs erkrankt sein sollte, wie weit ist denn die Medizin, um mir zu helfen? Ja, wir sind ja heute, ich meine, das hört sich immer sehr hoch an, 500.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Aber wir können, und das ist auch eine gute Botschaft, die wir auch als Deutsche Krebshilfe gerne nach außen kommunizieren, die Hälfte aller Krebserkrankungen kann heute geheilt werden und ein großer Teil der Patienten kann auch mit einer Krebserkrankung noch viele Jahre gut leben. Also die Situation ist schon erheblich anders noch als beispielsweise vor 40 Jahren, als die Deutsche Krebshilfe gegründet wurde. Nun sind diese Behandlungen ja aber in der Regel sehr teuer und auch aufwendig. Werden denn die geeigneten Maßnahmen dafür von den Krankenkassen auch angemessen unterstützt? Also ich denke, dass alle Krebspatienten in unserem Land auch eine adäquate Versorgung und Therapie erhalten. Wir selber sind natürlich auch darauf ausgerichtet, dass wir von sogenannter Evidenz auch sprechen, also von bewiesenen Verfahren. Das ist schon mal ganz wichtig. Es gibt dennoch auch innovative Substanzen, die gerade heute in der modernen Krebsbekämpfung und Krebstherapie auch eingesetzt werden, die möglicherweise noch nicht zugelassen werden, die aber durchaus auch dem einzelnen Patienten schon helfen können. Da brauchen wir einfach gute Strukturen, um dass das alles auch unter kontrollierten, entsprechenden kontrollierten Bedingungen stattfindet. Aber im Grunde genommen kann man schon sagen, in Deutschland erhalten alle Patientinnen und Patienten die Therapie, die sie auch für die Bewältigung ihrer Krankheit auch benötigen. Trotzdem wird ja auf diesem Gebiet auch intensiv weiter geforscht. Wie ist denn der Stand der Forschung auf dem Gebiet im Moment? Ja, das ist ganz wichtig, was Sie ansprechen. Die Forschung ist im Grunde genommen das wichtigste Instrument, was wir überhaupt haben, um in der Krebsmedizin voranzukommen. Wir selber als Deutsche Krebshilfe investieren erhebliche Mittel auch in die Krebsforschung. Das ist auch der besondere Wunsch auch unserer Spender. Nichtsdestotrotz vor dem Hintergrund, wir wollen ja weiterkommen. Wir wollen auch in raschen Schritten oder in rascheren Schritten weiterkommen als in der Vergangenheit. Wir setzen schon auch als Deutsche Krebshilfe sehr stark auf die sogenannte Dekade gegen den Krebs, die ja Anfang dieses Jahres kundgetan wurde unter der Federführung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und hier ist ja wirklich auch politisch vorgesehen, die Krebsforschung in den nächsten Jahren erheblich zu stärken. Das wird ganz, ganz wichtig sein und das wird auch von uns begrüßt. Vielen Dank an den Vorsitzenden der Deutschen Krebshilfe, Gerd Nettekofen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.